Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Weiter geht's. Moment. Ich darf es nicht warten. Andere Waffe will ich haben. Ich muss nämlich noch einen Soundcheck machen. Passt. Wie? Ein bisschen überladen. Ich muss mich mal ein bisschen wieder entladen. Und ich sollte einen anderen... Wer huscht denn da oben? Meinst du nicht, dass ich dich nicht sehe? Hm. Ich wusste doch, dass er mich nicht sehen wird. Sonst hat er nichts bei sich. Geodäne? Ah, da war es das Geodäne. Lass mich raten. Noch ein Centurium-Meister. Hier schleicht doch was. Äh, ja, diese Viecher. Die habe du teilt. Mistviech. Ich will hier zwei jetzt ein bisschen leben, aber egal. Das ist schon wieder vorbei. Zwergen-Senturium-Meister. Und natürlich kann ich den nicht looten. Natürlich. Und ich sollte mal meinen Timer woanders hinstellen, damit ich auch sehe, wie viel Zeit vergangen ist. Das macht Sinn. Da hinten muss ich hin. Das ist hier verdammt groß. Aber erstmal bin ich neugierig, was das ist. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Fall Madina? Da sind ja noch mehr. Ich stirb einmal, Schleicher. Wo kommst du her? Daneben. Da hinten. Ist mir egal. Daneben. Ich sollte mal ein bisschen Ausdauer wieder nehmen. Und der ist weg. Was ist das hier? Irgendwas hängt da oben. Schwer Rüstung ist ja auf jeden Fall jetzt ein bisschen verbessert. Zumindest das hat er das gelevelt. Hm? Ein Tor? Wo geht's da rein? Okay, dann habe ich ja noch zwei Orte, die ich erkunden kann. Aber nicht jetzt. Ich will erst mal mir das holen, wofür ich ja eigentlich hier bin. Immer schön unsichtbar sein. Womit die Schleichen meine. Ach, hier wartet keiner. Gut. Turm vom Sarg? Okay. Jetzt geht's jetzt einfach wieder oben. Was? Ladezeit, das könntest du auch mal schneller machen. Ich glaube, hier bin ich richtig. What the heck? Eine große Kugel ist das, glaube ich. Falsche Richtung. Da muss ich jetzt mal hoch. Oh. Ah ja. Okay. 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 Was muss ich jetzt machen? Okay, ein Rätsel. Okay, ein Rätsel. Ich kann ihn normal drücken. Wie oft muss ich den denn drücken? Okay, ein Rätsel. Und den? Ich hab's. Okay. 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 Das hat gar nicht... Hat kein Gewicht gehabt. Und die anderen Sachen muss ich ja nicht erkunden. Das ist ja nicht zwingend. Und mal wieder eine lange Zeit. Ich hab's. Okay. 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 What the heck? Wo bin ich denn hier? What the heck? Das ist aber ziemlich weit weg. Von der Sache, wo ich komme. Hm. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.